der schlüssel der muss ja nicht mal hier drin sein der kann ja bei irgendjemanden sein ja dummes er hat keinen schlüssel mehr bei sich hier hängt nix von mehr schlüssel er ist nur am rumpf wortzen hier ja hat auch den schlüssel wo ich mich frage wozu ist er überhaupt hier ja wozu ist hier kann mich nicht mal mal kann mich so in seiner nähe umziehen ohne dass mir irgendwas passiert das heißt er steht nie auf der typ er steht nicht auf dir er liegt da und wird da liegen bleiben und ohne diesen geratenkostüm komme ich nicht weiter ich bin fast der meinung dass auf der kauf der wir drüben auf der insel sind dann wird dann glaube ich jetzt da wird nicht mehr viel passieren ja einfach ein furz anzünden habe ich schon versucht damit man das sieht hier pass auf ich nehme kerze macht passiert um keine stichflamme und schlimme ist dass er nicht aufhört so wie der oben einatmet so pupst da unten wieder raus so nicht schlecht oder äh wieso komme ich mir da oben an den zettel nicht ran was soll denn das jetzt wir können ja noch mal auf den zettel rauf gucken ob da noch mal was auf steht ja allerdings steht da nur drauf wartet für ein ekel ist wer hier drin ist war von nils wache diebstahl ruhestörung ja vielen dank für die info daf ich daf ich daf ich die 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 also ich muss selber sagen ich bin echt über mich selbst gerade begeistert dass ich dieses spiel gerade nicht die instadiol okay okay man sagt dass sie zum feld wie befördert wurde ich schätze da muss ich sie wünschen gibt es etwas zu berichten hast du schon gehört sie haben die mörder des werters gefunden wie das wachsen er soll dafür hängen gehört gut cool cool Kannst du mit dem Hocker da in den Schrank, der hängt dran? Da war ich schon dran, da ist nichts mehr drin, meine Liebe. Da ist nichts mehr drin, lalalalala. Da ist nichts mehr drin, aber da ist nichts mehr drin, meine Liebe. So, ich gucke jetzt nebenbei selber noch, weil es nervt mich gerade. Was soll denn jetzt hier, diese verpackte Werbung mal überall? Ja, 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 ja. Aha, okay, okay. Huh? Hm? Ja, den Schlüssel brauche ich nicht. Das ist ja ein Ding. Meinste, namenloser, meinste? Diese Werbung. Ja, diese Werbung. Ah. Aha. Wo hat denn der jetzt bitte schön den Schrankschüsse her? Äh? Äh. Äh. Ja. 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 Ich hab's gleich. Ich glaube ich. Da ist das alles so verschwommen im Schrank, ja, schön, Schrank leer, bla, gut. Also ich hab's nicht, ja, ich hab's nicht. Komischerweise derjenige hier, der das gerade gespielt hat hier, das ist im dritten Video, im dritten Video, ja, was er zu dem Spiel gemacht hat, hat er den Schlüssel hier. Da hat er hier den Schlüssel. Und ich hab keine Ahnung, wo er den Schlüssel hier hat. Das ist keine Quest, das ist keine Quest, also, das ist keine Quest, Ela. Oh. 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 Was? Muss ich euch nochmal, äh... Keine Tür, okay. Keine Tür, Schrankschlüssel. What? Oh. 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 Ich lot. Tristisch mal굽isch. Welchs hinsch 너 spätig, wenn ich es nicht wissen habe. Naja, vielleicht kann und ich ... Wie look, hast du das letztern accumulated. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann doch ja nicht sein! Hier in der Schublade soll der Schlüssel sein! Das dumme ist, dass die Schublade nicht angezeigt wird! Hier ist der Schlüssel drin! Und laut dem Video, was ich gerade gesehen habe, ist es der vierte Schlüssel, den man findet in dem ganzen Spiel. Schweigende Türschlüssel und dann müsste eigentlich der Schrankschlüssel kommen. Was ist denn jetzt ohne? Ne! Meinst du, das verbacken haben, Loser? Da holt er den raus! Und in seinem Video wird auch Schublade angezeigt! Ich mach jetzt mal eins! Ich beende jetzt mal kurz das Spiel, ja? Das ist doch nicht wahr! Was ist denn hier heute los? Was ist denn hier heute los, Alter? Hier ist heute irgendwie alles verbacken, oder? Ist ja wie ein Samstag wiegen Liebe! Ist ja wie ein Samstag wiegen Liebe, ganz ehrlich! So, ich mach jetzt das Spiel nochmal an! Also hier, ich kann euch das ja mal... Warte mal! Wo ist denn jetzt meine Maus da? Das ist bei Minute 1,49! Bei 1,49! Ja! Könnt ihr gerne gucken! Bei 1,49! Was ist denn... So! F- Oder 1,40! Fangt aber 1,40 an! Und den seht das! W- 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 warum wird jetzt nicht mehr angezeigt jeder schrank der leer ist ja wird weiterhin angezeigt und bei der schublade der weg ist nur der schreibtisch immer alle gegenstände kannst du 100.000 mal auf und zu machen ja immer wieder jetzt hier auch nicht die habe ich hier schon eingesammelt die habe ich hier schon eingesammelt wir waren ja hier schon 50.000 mal drin in dem zimmer ich war hier schon drin wir haben den tisch ja schon leer geräumt die haben ja zum anfang schon im ersten stream da haben wir das schon leer gemacht ja genau das sind sammelkarten hier da sind sie 15 stück schicksals karten also nur um auszuschließen gegenweil bug versuch mal nur test halber im offstream neuer spielstand und gucken ob es dann geht wenn ja dann auf gut deutsch ja wenn nicht ist das ein genereller bug aber in genereller paket er dann werde ich aber guck mal komischerweise funktioniert hier wird den krieg auch nicht mehr eröffnet so ihr könnt ja wogen gerade ich wo es war im wach gewohnt ja moin so ach schublade guck mal jetzt sieht sie ja nicht mehr also du musst das spiel schon mal erst mal komplett ausmachen damit die schublade noch nicht mal neuladen der position funktioniert ich mach das nicht auf stream ich mach das jetzt ich will jetzt keine hose jetzt hier raus zählenschlüssel brauchen wir stein eingesammelt rot eingesammelt ist die röse nachricht ja trifft mich zählenschlüssel hier hier so hier 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 Das ist jetzt die Schlafmütze, der geht jetzt sowieso gleich sich hinpacken, wenn er sich dann beruhigt hat. No, zack, erstmal, toll war drin gepfiffen, oh, ich muss ja schleichen, war, jaha, ich bin echt knatsch dich gerade, das ist jetzt echt mein Problem. Ach, ich brauche den Schlüssel. Merkt man nicht, ne, war, also ich auch nicht, überhaupt nicht. Hallo? Hallo? Boah, was ist denn jetzt? Bewegt der sie nie weg? Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe es überspeichert, oder? HALX überspeichert? Dritter... Dritter, 5.21, jetzt sind die für Speicherstände hier. 0.04... Keine Ahnung. Ja, alt gut. Ich weiß ja auch nicht, welche Position jetzt. Vor zwölf Minuten. Warte mal, wir nehmen mal den hier. Oh Mann, ey. Schrank. Da. Es ist echt dieses Spiel, dieser Speicherstand, der echt verbuggt ist. Kann ja nie wahr sein. Da. Ja. Da. 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 Da.